Weil wenn wir die Menschen nur so von außen sehen, dann sehen wir jemand, der gut aussieht, der Freude hat, der sein Leben im Griff hat, der vielleicht einen tollen Job hat. Aber was dahinter ist, hinter dieser Rolle, die jemand spielt, das nehmen wir nicht wahr. Hallo und herzlich willkommen, liebe Mitmenschen, zu meinem heutigen Video, wo ich über Privatsphäre nachdenke. Ich hatte vor fünf Tagen ein Erlebnis, also mir hat ein Hund hier zweieinhalb Zentimeter rausgebissen und habe dann einen kleinen Clip gepostet an dem Tag, habe den wieder rausgegeben und habe dann zwei Tage später ein sehr langes Video gepostet, wo ich den ganzen Zusammenhang erkläre und habe dies unter den Titel Die Heilkraft des Gebets oder des Betens gestellt. Meine Intention war natürlich zu zeigen, welche Heilkraft Gebete haben, Segnungen, Energien von anderen Menschen, wenn alles zusammenkommt. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ich vor fünf Tagen ausgesehen habe und wie es sich jetzt schon entwickelt hat, dann sehe ich, dass dies alles sehr, sehr gut gewirkt hat. Eine weitere Intention war, dass ich zeigen wollte, dass es hier nicht um mehr, nicht um Beschuldigungen geht, sondern um Eigenverantwortung in jeder Situation, egal was ist. Und auch darum, dass, wenn jemand einen Hund beißt, das nicht bedeutet, dass der Hund böse oder gefährlich ist. Und natürlich war es ein sehr persönliches Video, wo ich mich extremst verletzlich und auch körperlich verletzt gezeigt habe. Und es ist für mich immer noch stimmig, dass ich es online gestellt habe. Doch ich denke jetzt sehr viel nach über Privatsphäre. Es hat eine Frage gegeben aus meinem Umfeld. Was war denn der Grund, dass du es eingestellt hast? Und diese Frage hat sehr viele Gedanken ausgelöst. Also ich selbst, ich habe das auch schon erzählt, ich habe sehr viel in meinem Leben Heilung erfahren oder Hilfe durch Menschen. Früher waren es eben vorwiegend in Büchern, jetzt ist es sehr viel in Videos, wo Menschen ihre Geschichten geteilt haben. Also ich hatte ja eben diese Essstörung als junger Mensch und ich war ja nicht extrem übergewichtig, auch nicht abgemagert, sondern ich war so wie jetzt und hatte höchstens 5 bis 7 Kilo Schwankungen. Und habe mich aber wirklich unglaublich schlecht gefühlt, auch optisch. Und ich weiß noch genau, damals Susan Pauter, die war in den 90er Jahren sehr populär mit ihrem Buch Ohne Diät geht's auch. Ohne Diät geht's auch. Und ich habe das damals siebenmal gelesen. Und ein ganz hilfreicher Satz für mich damals war, wie sie geschrieben hat, es ist, also über ihre Klientinnen, es ist egal, ob eine 5 oder 50 Kilo mehr an Gewicht hat, sie fühlen sich gleich. Und das war für mich so entlastend, weil ich mich auch geschämt habe, dass ich mich so schlecht fühle, obwohl es ja gar nicht so schlimm ist von außen. Und ich habe immer gedacht, es gibt ja viele Menschen, die wiegen viel mehr und ich leide hier so mit diesen 5 Kilo zu viel. Und es war auch damals in dieser Zeit Julia Onken, die auch heute noch bekannt ist, wie ich jetzt inzwischen festgestellt habe. Ich habe einmal gesagt, die war damals so populär, aber sie ist immer noch eine bekannte Psychologin. Und die hat ja in ihren Büchern auch immer ihre Geschichten erzählt, ihre eigenen Geschichten. Und das heißt, sie hat ja auch dann was überzählt über ihren Ehemann. Also sie war ja gar nicht so anonym, wie ich das jetzt war, sondern man hat gewusst, okay, das ist ihr Ehemann, das ist ihre Tochter, das ist wer auch immer. Also so war es auch damals bei Susan Pauter, ohne Diät geht es auch. Die hat auch die Geschichte von ihren Eltern, Ehemann, allen erzählt. Und auch ein ganz wichtiges Buch für mich war 2010, 11, als ich The Journey von Brandon Bays gelesen habe, die auch ihre Geschichte erzählt. Und man weiß dann auch, okay, der Ehemann oder dieser Mensch in ihrem Leben, der Vater, man kennt die ganzen Geschichten. Und das hat mir unglaublich viel gegeben, das so zu hören. Wenn Menschen sich öffnen und ihre Geschichte erzählen, dann heißt das für uns, einen anderen Blick auf das Gegenüber zu bekommen. Weil wenn wir die Menschen nur so von außen sehen, dann sehen wir jemand, der gut aussieht, der Freude hat, der sein Leben im Griff hat, der vielleicht einen tollen Job hat. Aber was dahinter ist, hinter dieser Rolle, die jemand spielt, das nehmen wir nicht wahr. Und ich selbst habe ja auch Menschen sehr lange begleitet in psychischen Krisen, mit psychischen Erkrankungen. Und ich habe immer erfahren, dass es ihnen gut tut, wenn sie erkennen, dass ich ein Mensch bin und kein perfektes Vorbild. Im Sinne von, bei mir läuft alles spitze. Das heißt, ich habe es nie umgekehrt und habe dann den Klienten quasi zum Therapeuten gemacht. Und ich habe gesagt, mir geht es so schlecht. Aber ich war offen und habe gesagt, ja, ich hatte gestern auch einen schlechten Tag. Es ist mir auch sehr viel in meinem Leben nicht gelungen. Ich mache auch Fehler. Und dadurch konnte ich auch Vertrauen gewinnen und eine Vertrauensbasis aufbauen. Und letztendlich konnten wir dadurch gemeinsam einen sehr guten Weg gehen. Ich habe auch schon manchmal, ich habe ja auch sehr viele Biografien gelesen. Also ich habe sehr viel von dem Menschen und seinem privaten Feld erfahren. Und jetzt gibt es ja dann immer, wenn man selbst was erzählt, das eigene Umfeld, das dann meist schon weiß, von wem man gerade spricht. Ja, und das kann dann schon sein, dass das für den oder diejenige nicht so angenehm ist oder sich dieser Mensch nicht damit wohlfühlt. Ich hatte keine Sekunde den Gedanken, dass sich irgendjemand damit nicht wohlfühlt, weil ich so in der Liebe war und bewusst habe, es war so ein schlimmes Geschehen. Ich beschuldige niemanden. Ich gehe in die Eigenverantwortung. Ich möchte zeigen, dass man so mit einer solchen Situation umgehen kann. Das war meine Intention. Aber trotzdem hat diese Frage in mir ausgelöst, da noch einmal tiefer hineinzudenken. Ist das auch nur, weil ich das mein Leben lang gewohnt war oder wir es gewohnt sind, das üblich sind, dass ich gar nicht den Gedanken hatte, vielleicht könnte es irgendjemand nicht gefallen? Wie sehr würde mich das beeinflussen, dieser Gedanke? Was ist die Grundlage meiner Entscheidungen? Etwas zu tun, etwas preiszugeben. Meine Intention ist es, auf jeden Fall so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Und ich glaube auch, dass alle Menschen, die ich kenne, kennen Geschichten, die sie berührt und bewegt haben und hatten vielleicht in dem Moment, man hat schon gedacht, okay, das ist der oder der, ob das dem Recht ist. Aber was wiegte, wog dann mehr? War es wertvoller, diese Botschaft zu erhalten? Oder das Mitgefühl mit dem Menschen, der jetzt vielleicht von jemand anderem, dessen Geschichte auch mitveröffentlicht wurde? Und auch hier möchte ich das jetzt nicht bewerten. Ich möchte einfach mal den Gedanken auch ins Feld geben. und auch mir selber den Raum öffnen, darüber nachzudenken, ob es nicht noch einen besseren Weg gibt oder einen anderen, meine Inhalte zu verbreiten. Oder ob das so passt. Und Es gibt ja dieses Sprichwort, was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das habe ich sehr lange sehr gut gefunden. Und in dem Fall würde, kann ich sofort sagen, ja, wäre für mich okay. Also wenn jemand so über mich spricht, in einem Video, so anonym und so wertschätzend, für mich kein Thema. Sofort, jederzeit. Kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Aber mit meinen Kenntnissen über die Typenlehre, weiß ich, dass etwas, was einen Sanguiniker vollkommen egal ist, einen Melancholiker absolut belasten kann. Und das heißt, dieses Sprichwort stimmt schon lange nicht mehr für mich. Auch wenn es mal keine schlechte Basis ist, aber es stimmt nicht. und jetzt ist meine Frage an euch auch, was denkt ihr oder wie empfindet ihr es, wie weit geht die Verantwortung des Menschen, der einen Weg geht? Muss ich Rücksicht auf jeder Manns und jeder Frau Empfinden nehmen? Wenn ich Kommunikationsseminare gebe, habe ich immer als Untertitel ich bin verantwortlich für das, was ich sage, aber nicht für das, was du denkst. Und das fühlt sich für mich immer noch stimmiger. und das heißt nicht, dass ich nicht Fehler mache, das heißt nur, dass ich in dem Moment, wenn ich etwas sage, ich voll dahinter stehe, mit der Option, dass wenn ich es aus einer späteren Perspektive anschaue, mir denkt, hätte man anders oder besser machen können. Und das ist ja auch mein Ziel. Also ich wurde nicht beschuldigt oder angeklagt. Es war wirklich nur eine Frage aus Interesse, warum habe ich das gemacht? Das möchte ich auch ganz klar sagen. Aber ich habe jetzt ganz viel darüber nachgedacht und mein Ziel ist es ja, mich zu entwickeln, zu lernen, zu reifen, zu wachsen, ohne Menschen zu schaden, zu verletzen, zu kränken. Und wenn Menschen in sich Themen haben, geht das gar nicht. Man löst ja auch mit manchen Sätzen, die wir sagen, Reaktionen in den Menschen aus. Auf der Ebene, wo wir uns momentan befinden, ist es schlicht nicht möglich. Und das durfte ich ja auch schon lernen. Also ich war ja selbstständig zwölf Jahre mit einer Werbeangentur, auch mit Angestellten und dann eben die Leitung von einem Team in der Pflege. Und da musst du einfach lernen, man kann nicht Everybody's Darling sein. Wenn du als Leitung zum Beispiel das sein möchtest, dann kannst du kein Team führen. Und es kommt ja auch noch immer dazu, dass jeder im Team seine Geschichte hat, seine Werte, seine Erfahrungen, seine Sichtweisen. Und so löst du ja, ohne jemanden Schaden zu wollen, Reaktionen in den Menschen aus. Und ich glaube, ich finde jetzt mit diesen Gedanken meine Antwort für mich. dass ich bei mir bleibe, bei dem, was ich tue, sage, wie ich handele und bereit bin, wenn dann jemand anderer das Gefühl hat, deine Handlungsweise hat in mir etwas ausgelöst, dass ich dich nicht mehr mag oder dass ich dir einen Vorwurf mache oder dass ich nicht mehr mit dir einen Weg gehen möchte, dann muss ich, also das heißt, dass ich dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie den Satz angefangen habe, also sage ich es nochmal. Solange ich zu dem stehen kann, was ich tue, sage, handle und auch offen bin für eine Rückmeldung und auch offen bin darüber zu reden, zahle ich den Preis gerne, dass sich dann im Außen etwas verändert oder jemand sich von mir abwendet. Ich glaube, das ist jetzt gerade für mich eine stimmige Lösung und das heißt nicht, dass es leicht ist, aber was ist denn die Alternativlösung ist, dass ich nicht meinen Weg gehe, sondern den Weg der Anderen, dass ich nicht mein Leben lebe, sondern das Leben der Anderen, damit die sich mit mir und meinen Handlungen wohlfühlen. Ich habe schon einmal ein Video aufgenommen, das passiert, wenn du dich veränderst, wo ich auch schon diese Themen angesprochen habe, wenn du deinen inneren Weg gehst und zu dir stehst, wirst du erleben, dass im Außen nicht jeder damit zufrieden ist, weil die eigene Veränderung oder der eigene Weg unabhängig von den Anderen bedeutet immer das, oder wenn du etwas veränderst oder anders machst, bedeutet immer auch für die Anderen automatisch mit eine Veränderung. Und ja, das möchte ich euch gerne empfehlen, ich verlinke es euch oben und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir zu dieser Frage, zu diesem Thema eure Gedanken schenkt. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer alles, alles Liebe, dass ihr bei euch bleibt und gleichzeitig offen seid. Eure Mel. Mit einem noch schiefen Lächeln. Ich hoffe, das wird wieder. Tschüss. Z Z Z Z Z